Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Minecraft With'em zusammen mit Sheego. Hallo! So, was hast du jetzt vor? Ich mache jetzt meinen Zauberspruch fertig oder versuch's zumindest. Ich werde mit meinem neuen Diamond Dolly jetzt versuchen, den Blaze-Born damit zu machen. Okay. Irgendwas läuft hier schief. Du bist vom Server geflogen. Ja, und mein Liebzauber ist grad zu Ende. Ich bin schon. Ich bin schon. Oh je! Nein! Oh, ich kriege einen Anfall. Was passiert? Mein scheiß Essence-Refiner, glaub mir meine gesamte Essenz, das ist uncool. Was sollte er sonst machen? Ja, er sollte da die nicht mehr abzwacken, sondern die für den Cruffing-Altar lassen. Aber das tut er nicht. Oh, jetzt muss ich ihn abbauen. Dabei ist da so viel Essenz drin. Ich krieg ihn einfach. Scheiße. Voll gemacht, du bist die ... Jetzt mein Zauberspruch haben. Los, mach! Oh Gott, ich dachte, das war hier. Jawoll, ich hab den Spawner. Oh Mann. Komm schon Nexus, so schwer kann das doch nicht sein. Gibt es irgendein Monster im Nether, was sich vermehrt oder was sich lohnt zu klauen? Haben wir auch noch Blazes? Das habe ich ja jetzt nen ganzen Spawner. Äh, höchstens Wither Skeletons für nen Wither. Ja, hm, keine Ahnung. Toll, wenn man mit dem Diamond Dolly voll ist, ist man langsam. Ja, natürlich. Voll. Das ist so bad. Das ist so bad. Ne. Quatsch, meinst. Hm. Modpack, fang dich bitte wieder. Oh je, es ist vorbei. Was ist denn los? Ich hab nen mega Absturz hier, glaub ich. Fang gerade zwischen 5 und 1 FPS. Ah, jetzt hat er sich wieder gefangen. Okay, was war das? Das war merkwürdig. Ich hab meinen neuen Zauber, wuhu. Welchen? Einen AOE-Zauber. Krieg ich den auch? Weiß ich nicht. Wieso nicht? Erstmal muss ich gucken, dass es überhaupt funktioniert. Ja, warum soll der nicht gehen? Ja, wenn er nur scheiße ist, dann kann man ihn auch sein lassen. So, was für ein Symbol nehmen wir denn? Ohne Testperson. Wo ist denn die Person? Ah. Ah, oh scheiße. Ne. Ich hab einen Fehler gemacht. Was denn? Ich habe Zauber nicht ordentlich gemacht. Weiß ich, kann ihn direkt wegwerfen, sisse? Das ist es nämlich. Was hast du für einen Fehler gemacht? Ich habe den Zauber nicht anständig gemacht. Ich habe zwar einen AOE-Zauber, aber den hab ich jetzt um mich rum. Toll. Das bringt eigentlich... Ach geil. So ein Nahkampf-Effekt-Zauber. Ja, toll. Der nur ein bisschen Schaden macht. Das bringt überhaupt gar nichts. Scheiße. Was ich haben wollte. Aber ich hab doch... Hab ich nicht? Ach, scheiße. Wo ist mein Buch? Scheiße, es fehlt wirklich. Nein. Nein. Nochmal von vorne. Hab ich noch ein Buch? Ja. Ja, ja. Nächster Versuch. Was ich eigentlich haben wollte, war... Äh... Halt noch ein Projectile. Wenn man irgendwo hinschießt und das da dann der Area-Effekt passiert und nicht, wenn man so recht klickt, das ist blöd. Eieieiei Meine Plattformen, siehst du gerade mein Haus? Sind die auch aus Slabs gebaut? Ja, ne? Warte, ich kann gerade nicht gucken. Also die sind nicht aus massiven Blöcken, oder? Äh, nee. Nächster Versuch. Projectile Area Effekt. Done. Gesundheit. Danke. Kann ich eigentlich nicht hier... Ah, slow. Hm. Auch einen blauen Punkt. Kacke. Hast du noch irgendwo einen Infinity Orb rumfliegen? Nee, oder? Nee. Ach, Mist. Knife-Tipp will ich alles nicht. Hier. Knockback. Blind. Hm, Blind wäre noch ganz gut. Anzünden oder blind machen? Gut. Ja, ich kann mir Blind nicht vorstellen. Das ist bestimmt nur so ein Halt. Also ich kann trotzdem noch gucken. Ja, natürlich. Aber du kennst ja das normale Minecraft Blind, oder nicht? Ja, ist ja nicht schlimm. Ja doch. Wenn du dann von weitem Fall auf ihn schießen kannst, ist das ziemlich geil. Ohne dass er sich großartig, ja, wehren kann. Also erstmal... Feint... So. So. Gut. Das war's ganz schwer, ja, oder? Ohnein. War full. Okay. Potions, 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 potions and lotions. Okay. Okay. Ich brauche Glas. Warum habe ich eigentlich nie Sand oder Glas? Es ist furchtbar. Was machst du gerade eigentlich? Mein Blaze-Spawner sozusagen vorbereiten. Denkt dran, die Viecher setzen alles in Brand. Firespread ist aus. Den können einzelne Holzblöcke trotzdem abrennen. Und des Weiteren müssten sie eigentlich gar nicht spawnen, wenn ja Fackeln drumrum stehen. Eigentlich. Ich hatte auch schon auf einem Publik-Server Experimente mit Blaze-Spawn und das war... aus. Ja, aber ich bin ja Profi. Du bist Master of Disaster. Bis jetzt kam noch keiner auf die glorreiche Idee. Einfach Mops-Spawn. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Ach, stopp halt. Ist das 1 zu 1? Nein. 1 zu 4. Du brauchst... Du kriegst... Aus einem Nether-Rack kriegst du einen Brick. Und aus den 4 Bricks machst du einen Nether-Brick-Dings-Block. Wenn du verstehst, was ich meine. Oh, jetzt wird gebraut. Ähm... Kann ich aus Nether-Brick auch ein... Stairs... hier Slabs machen? Ja. Drei Stück. Wie viel? Drei, ne? Closure of Night, Vision, Karotte, oh Gott. Leakness, fermented spider eye, ok. Das krieg ich hin. Oh, jetzt brauch ich ne Karotte, hat jemand, hat, hat irgendjemand ein Feld eigentlich? Glaub nicht. Glaub nicht. Glaub nicht. Hab ich nicht meine Karotte gefunden? Ich mein nicht. Aber wo hab ich sie hingetan? Hier nicht. Hm. Muss doch irgendjemand ein Feld haben. Ja, die haben doch alle, die haben doch die Kuhfarm hier, oder nicht? Ja, aber man muss, glaub ich, auch alles selber mit hinbringen. Oh Gott, wie viel hat's da weggetan. Was? Ne, jetzt hat hier ganz, ganz viele von den, den, den Potion Crystals stehen. Das blinkt und glistert und bling, bling und oh Gott. Ja, ich geh dann mal wieder. Was sind wir hier? Da ist ne Zuckerrohrfarm auf dem Dach. Und denk über die Türen auf. Nur Zuckerrohr. Hm, wie mach ich Zäune daraus? Ähm, musst du mal gucken, das weiß ich nicht auswendig. Ach ja, sechs Blöcke. Ja, hab ich grad schon öfter geguckt. Wie ist das? Wohin, wir müssen nur Farm haben, Farmtus. Fertig. Farm? Hallo? Nee. Hm. ja ok was fehlt ja eine möhre ein mörschchen heißen diese kleinen türen diese zauntüren der ist ja nicht doch wie heißen die fans geht man fans geht gibt es natürlich nicht aus netherbricks hat denn niemand ein feld verdammte scheiß mein blaze spawner steht ich niemand ein verdammtes kackfeld ich krieg ne einfach wo gehst ne möhre her oh das ist nicht cool es scheitert mein zauberspruch an der kack möhre das ist doch wir hatten auch noch nie eine glaube ich doch ich meine ich hab mal eine vom zombie gekriegt aber wo ist sie hin das ist die frage ja ne 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 verdammter mist hm ja die möglichkeit wäre ein npc dorf gerade achja genau danach wollte ich nur gucken vielleicht hab ich nämlich was ähm ne ich hab immer alles gesammelt was ich hab aber ich hab keine mühre schaut mal ob sie im kundorf gibt das vielleicht noch nie endgültig leer geräumt wurde Du kannst aber eigentlich was sparen, denn irgendwo folge es hin. Na toll, dann eben nicht. Gut, dann würde ich sagen, ach nee, du musst ranne. Also schaut mal bei Shigo vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht, mit Minecraft Withem. Doch, tschau. Tschüss.